Äh... Hör dir das Lied an, das ist mit Tommy Cash. Das sind doch welche Russen. Cool einfach bis vier... Okay, warte, da zeigt er noch seinen Panzer. Das geht... 1,20. So. Seid aus, wir müssen gehen, wir müssen... Hahaha, selber Aatrox, Aatrox selber. Ich wollte gerade sagen, hast du Hookup, weil ich jetzt gerade da bin, aber... Wir können trotzdem rein. Okay. Oh, seid ihr wahnsinnig. Okay, Flashout war schon mal nice. Oh mein goodness. Ja, sie ist tot. Die Bitch! Die Bitch! Hat die Gang du und so... Naja, die haben ziemlich viel raus und ich hab alles noch... Hehehehe. 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 Graves könnte botlenken. Aber der Jani Nathos auch da. Double Watt hält besser. Beuys, ich geh unten, Busch. Mit dem zweiten? Sieht man besser. Halt den Schnauz, wir sind hier nicht mit ZDF, Mann. Sind hier mit ZDF, Mann? Oh ja, an die Hand. Okay, was... Was ist das denn? Wieso? Wieso ist mein Hirn nicht mehr im Busch? Mein Backport ist cooler als eure. Ich steh aber auch grad nicht im Busch, ne? Ja, guck mal, ich chill mit ein paar Bitches im Buhl. Buhl. Oh oh. Wung, Wung, Wung. Alter, du bist so ein Spass, warum hast du die rausgeholt? Damit Eddie den Kill kriegt. Trotzdem hätte ich sie ja doch auch mitgenommen, Mann. Hahaha. Nicht so. Nein, ich wollt den killen. Wuhhaha. Buh 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 buh. Joa, geh einfach weg. Nein, der ist bei der Rennen mit. Nein, der ist mit der Rennen. Ist der dumm. Alter, what the fuck ist das? Töten, wir einfach weiter, Mann. Und verlieren nichts dafür. Ich geh mal kurz Mitte. Eine Hälfte. Da kommt Nero! ATAH! Der Sniper! Nice! Die haben sie getowered! Die haben sie aufgegeben! Alles klar! Lass doch mal ein gut ins Atoms Game, alter! Das kommt mir nicht mal ins hart! Wir haben uns einfach kein einziges Mal getötet in Weißversicht, alter! ... Mitettes